Donnie mit 4, du bist so ein Game, oder? Ja gemischt hab ich eh schon. Luis, hast du schon eine? Morscht, hab ich die 3 Game? Nein, nicht. Passt. Luis, du musst so eine setzen, wenn du mit gehst. Ja, wo der Bulli muss so ein Breide schauen, bis ich irgendwas abhabe. Ich muss so typen. Geh eh schon mit. Jetzt hab ich alle Morscht lecker. Seid sie in Zehner. Tu weiter hin zu heiber. Ja, lass mich mal anschauen, mein Bratl. Ich geh zu einem Gehort mit. Ich hab auch die Liga schon drehe. Ich bin sowieso immer dabei gewesen. Bist du typen. Ja, ich geh auch mit mit den Zehner. Ich teck gleich auf nachher. Du lecker mit. Was ist hier? Ich seid sie in Zehner. Tu weiter hin zu heiber. Au weh, hier. Geh halt mit. Hilf dir nichts. Bring mir mal ein bisschen den Tempo rein. Ich hab glaube den Zehner rein. Ich mein, du lieg auch schon drehe. Nächste Karten ist schon aufgedeckt. Bist du typen. Da sind Karten drehe. Da setz ich gleich einen Hunder da rein. Ich leck dir mal hin, Buggl. Au weh. Ich mein, du würg mir. Ja, aber ich seh wurscht. Ich geh mit. Ja, bei so einem Blattl hilft's euch nichts. Ich seh jetzt meine Aura. Da beim Wäsch-Essl ist es wirklich ein Hunderter wert. Aber ich geh mit. So, nächste Karten. Bist du typen, dass du Karten zählen oder was? So, jetzt tu ich aus eine. Jetzt tu ich aus eine. Aus eine von mir. Jetzt könnt sie mich haben. Nein, ich darf mich nicht erwischen. Ja, geh mit. Wie schaut's bei dir aus, Gerard? Ja, vom Feig der Wald heute nach. Da hab's mein Grundbuch. Toni, wie schaut's denn bei dir aus? Bistet. Wie, da sag ich nicht. Nein, da geh ich mit. So, Lohist. Sag ich mal was aus für ein Schumplattl. Ja, der tut mir leid. Ich will dich heuschen und deinen Wald jetzt auch nehmen. Ich schau jetzt gleich auf. Da hab's es jetzt. Full House. Auwe. Krutze fixeini. Kreuz immer her, Gott. Ebes kleinere Full House. Haha. Ihr könnt's euch mal ein Wald aufsuchen. Royal Flasch. Da hab's es. I best iPad Gary hat's dir mal reingeschnippt. Das ist volle Lauch. Spinzt du oder was? Das ist volle Schumplattl. Du Fulltadl hast dein Wald gesetzt. Das gibt's nicht leid. Ich will ein Verdaller-Kasten in die Dusche einbauen. Schau Quattro Stagione vom Fasen. Du verschießene Moli mit so einem Plattl verlieren. Das gibt's ja nicht. Scheißdreck. Unverschießene. Krutze fixe. Was ich denn zum einen sagen? Pus, das war ja viel mehr Spaß gemacht. Das war ja viel mehr Spaß gemacht. Mein Grundbuch. Das gibt's ja nicht. Ich kann's mir das nicht wecknehmen. Ich kann's Krutze fixe auch gemeint. Ja, Marsch. Du kannst mir dein Wald schon überschreiben. Du Gauke. Du. Wo nimmst du 3-5-2-se her? Krutze fixe. Mir kriegst du kein Gruschen nicht.